Ja, herzlich willkommen zu diesem Scalable Capital Tutorial. Wir wollen uns heute mal gemeinsam den Online Broker anschauen und wie du damit dein Geld eben investieren kannst. Ich verspreche dir auf jeden Fall, wenn du bis zum Ende dran bleibst, wirst du alles wissen, wie du Aktien kaufst, wie du ETF-Sparpläne anlegst und neuerdings, wie du auch Kryptowährungen darüber kaufst. Du findest unten in der Videobeschreibung die einzelnen Kapitel aufgelistet. Zunächst schauen wir uns an, wie du dein Depot eröffnen kannst. Kurz dazu, ganz wichtig, unten in der Videobeschreibung findest du den Link zu Scalable Capital. Das ist ein sogenannter Partner-Link. Das heißt, wenn du darauf klickst, weiß Scalable Capital, dass du von mir kommst und dann bekomme ich eine kleine Provision dafür. Also ich bin dir auf jeden Fall sehr dankbar dafür, wenn du das darüber machst. Wenn du schon mal auf Scalable Capital hier auf der Seite warst, gerne auch einmal die Cookies löschen und erst dann auf den Link klicken. Dann weiß das System, dass du auf jeden Fall von mir kommst. Vielen Dank. Und jetzt geht es auch schon los. Ja, sobald du auf den Link geklickt hast, landest du hier auf dieser Seite und hier kannst du dir eine Gratis-Aktie sichern. Das haben die so als Eröffnungsangebot eben über diesen Link unten gemacht. Bevor wir das jetzt machen, einmal ganz kurz, warum überhaupt Scalable Capital? Das ist ein Online-Broker komplett aus Deutschland. Also die sind in München und die haben eine Kooperation mit der Baader Bank. Also das ist schon mal relativ cool, dass eben alles hier in Deutschland ist und dann nach deutschem Recht und auch nach deutschem Steuerrecht alles eben auf den deutschen Bedarf angepasst ist. Und Scalable Capital wurde bekannt, da die einer der ersten waren, die so viele ETF-Sparpläne anbieten konnten. Also die bieten über 2000 ETF-Sparpläne an und du kannst eben auch in über 7000 Aktien investieren. Also so ziemlich jede Aktie wirst du da auch finden. Und neuerdings haben die sogar Kryptowährungen, was auch relativ cool ist, sodass du eben in Bitcoin und Ethereum und Cardano und so investieren kannst. Ja, das kannst du dir hier einmal alles durchlesen. Wir legen jetzt mal hier los und sichern uns erstmal diese Gratis-Aktie. Dann kannst du dich hier mit deiner E-Mail-Adresse anmelden. Und sobald du das gemacht hast, bekommst du eine Bestätigungs-E-Mail. Das kennt man. Da kannst du dann in der E-Mail einmal draufklicken, auf dieses Jetzt bestätigen und dann landest du im nächsten Schritt. Hier erklären sie dir kurz die Schritte, die jetzt so anstehen. Du musst dich einmal für den Broker entscheiden. Das machen wir kurz zusammen. Dann musst du deine persönlichen Daten eingeben und am Ende musst du einmal deine Identität identifizieren, sodass du dann eben Geld einzahlen kannst und dein Depot bei der Wader Bank eröffnet hast. Wir starten jetzt hier einfach zusammen. Dann müssen wir die Auswahl hier im Broker machen. Wie schon eben erwähnt, du kannst erstmal mit dem Free Broker starten. Da zahlst du halt einfach nur, wenn du eine Aktie kaufst, 99 Cent Order-Gebühr. Wenn du jetzt regelmäßig tradest, kannst du hier upgraden auf den Prime Broker. Dann kannst du auch Aktien hier ohne Order-Gebühr kaufen. Das ist hier das Jahresabo oder du kannst hier auch noch eine größere Flexibilität behalten und behältst hier für 4,99 Euro und kannst hier monatlich zahlen. Ich starte jetzt hier für dieses Tutorial einfach mal mit dem Free Broker. Dann geht es hier auch schon los wie in so einem Online-Shop. Da musst du einfach deine persönlichen Angaben hier machen. Einmal deine Anrede, ob du hier einen Doktor hast vielleicht. Dein Vorname, Nachname, ob du verheiratet bist, dein Geburtsdatum, Geburtsort und das Geburtsland und deine Staatsangehörigkeit. Dann ganz wichtig, wenn du deine Meldeadresse hier eingibst, das muss die sein, die auf deinem Personalausweis steht. Weil wenn wir später deine Personalien überprüfen mit der Deutschen Post hier zusammen, dann muss eben das passen, weil du zeigst dann deinen Ausweis in die Kamera. Und da muss dann eben die gleiche Adresse wie hier eingetragen sein. Genau, dann einmal die Mobilfunknummer noch mit eingeben. Und wenn du jetzt hier in Deutschland bist, kannst du noch deine Steuer-ID eingeben. Da musst du dich aber auch nicht drum kümmern, weil die sagen hier unten gerade nicht zur Hand, kein Problem, wir ermitteln die Steuer-ID später automatisch für sie. Also Scalable Capital macht das hier für uns. Warum ist das wichtig? Du hast ja einen Steuerfreibetrag, der ist glaube ich aktuell bei 801 Euro. Das heißt, wenn du jetzt Aktiengewinne oder ETF-Gewinne realisierst, dann hast du einen Freibetrag von 801 Euro, den du eben dann nicht versteuern musst. An der Stelle, ich bin hier kein offizieller Finanzberater, das ist immer ganz wichtig. Also alle Angaben, die ich hier mache, sind ohne Gewähr. Ich zeige dir jetzt hier einfach nur technisch, wie das geht. Aber ich habe wohl mal gehört, dass das diese Steuerfreibetrag 801 Euro dann eben hier deswegen die Steuer-ID mit drin sein muss, weil dann bekommst du direkt von Scalable Capital eben den Auszug für deine Jahreserklärung. Hier unten kannst du noch ein Passwort eingeben. Hier auf jeden Fall ein gutes Passwort wählen, weil wir möchten ja unser Vermögen da anlegen. Und da solltest du ja nach Möglichkeit kein Zweiter mit einloggen können. Ja, das kannst du jetzt kurz eingeben und dann klicken wir hier auf Weiter. Im nächsten Schritt müssen wir dann unser IBAN von unserem Girokonto eingeben. Also zum Beispiel jetzt ein Gehaltskonto, von dem du dann eben das Geld hier regelmäßig auf Scalable Capital überweisen möchtest. beziehungsweise hier unten kannst du auswählen, dass eine automatische SEPA-Lastschrift passiert. Das heißt, dass Scalable Capital eben das für dich einzieht. Das würde ich dir hier auch an der Stelle empfehlen, weil es macht einfach maximal Sinn, dass du nicht jeden Monat, wenn du so einen ETF-Sparplan hast, dann eben dein Geld hier drauf überweisen musst. Deswegen kannst du das so einrichten wie beim Stromversorger oder bei deiner Miete, dass du eben hier deine Lastschrift bequem einstellst und dann zieht eben Scalable Capital das Geld von deinem Konto ein. Hier unten kannst du dann den Betrag eingeben, wenn du jetzt zum Beispiel starten willst und in Aktien investieren möchtest, kannst du hier sagen, okay, ich möchte hier mal 200 Euro eingeben. Ja, die Alternative ist natürlich, dass du das Geld überweist dahin. Das läuft dann so, dass du eine IBAN erhältst von denen und dass du dann dein Geld auf diese IBAN-Nummer überweisen kannst. Nichtsdestotrotz musst du hier oben die IBAN angeben, weil zur Verifizierung buchen die eben hier 1 Euro im SEPA-Lastschriftverfahren von deinem Girokonto ab, damit eben dein Konto als solches verifiziert werden kann. Weil du so oder so deine IBAN hier angeben musst, würde ich dir eben diesen Teil hier empfehlen, weil dann machen die das automatisch. So habe ich es auf jeden Fall gemacht, auch hier an der Stelle das bitte selbst entscheiden. Und dann kannst du hier auf SEPA-Lastschriftmandat bestätigen klicken und hier im nächsten Schritt werden dir die Angaben nochmal angezeigt. Hier kannst du dann kontrollieren, ob die stimmen. Ich habe die natürlich jetzt hier einmal ausgeblendet. Genau, aber sobald du deine Angaben hier überprüft hast, kannst du auf Angaben bestätigen klicken. Dann musst du ja noch einmal eine Erklärung hier für das SEPA-Lastschriftmandat abgeben, dass du hier alles verstanden hast. Lies dir das bitte in Ruhe nochmal durch. Und ganz wichtig, die Scalable Capital ist der Online-Broker, aber du eröffnest das Depot bei der Baader Bank. Das ist eine deutsche Bank unten in München. Ja genau, mit denen arbeiten die einfach zusammen und die verwahrt sozusagen das Vermögen. Und Scalable Capital macht quasi das Trading on top auf dieser Bank. Genau, und dann kannst du hier das beantragen. Dann geht es los. Und jetzt haben wir unsere Eingabe gemacht. Und jetzt müssen wir uns verifizieren, dass wir eben auch die Personen sind, die wir hier angegeben haben. Weil hier geht es um ein Bankkonto und nicht irgendwie um einen Online-Shop oder so. Deswegen ist das relativ wichtig. Und sobald das geschehen ist, haben die dann quasi alles verifiziert. Also deine Identität und deine Kontoverbindung. Und dann kannst du hier auch loslegen. Vorab müssen wir jetzt einmal uns hier identifizieren. Dafür kannst du direkt mal hier draufklicken. Weil alle Varianten passieren hier bei der Deutschen Post. Und zwar hast du drei Möglichkeiten. Du kannst jetzt entweder mit deinem Ausweis und dem Antrag zur Postfiliale rennen. Das ist immer ein bisschen mit Aufwand verbunden. Wenn du deine Online-Ausweisfunktion freigeschaltet hast und dein Personalausweis hier so eine PIN hat, dann kannst du dich auch darüber verifizieren. Aber die meisten werden das wohl hier mit diesem Video-Chat machen. Das ist relativ witzig, weil du wirst hier, wenn du mal draufklickst, wirst du dann mit der Deutschen Post verbunden. Und dann sitzt hier jemand am anderen Ende und kontrolliert quasi deine Identität. Dafür musst du einmal kurz, je nachdem, ob du hier einen Google Play Store hast oder einen Apple Store mit dem iPhone, musst du dir einmal die Post-Ident-App runterladen auf dein Smartphone. Und dann hast du hier einen Barcode bzw. die Vorgangsnummer, die hier ausgegraut ist. Und dann kannst du dich damit eben dann dort anrufen. Und dann sitzt da tatsächlich jemand von der Deutschen Post. Und du musst dann hier, wie auf dem Bild zu sehen, deinen Ausweis in die Kamera halten und das so ein bisschen schwenken und mal drehen vor der Rückseite. Ist ein bisschen kompliziert am Anfang. Also es dauert drei, vier Minuten. Aber die helfen dir ganz nett dabei, um eben deine Identität zu prüfen. Sobald das geschehen ist, geht Scalable Capital eben hin und eröffnet hier im zweiten Schritt dann dein Konto bei der Baader Bank. Und dann geht die Baader Bank hin und bucht per SEPA-Lastschritt-Verfahren eben deinen Anlagebetrag, zum Beispiel die 200 Euro, die ich gerade eingegeben habe, dann ab. Und somit ist dann deine Identität und dein Konto verifiziert. Und du kannst dann quasi anfangen, hier bei Scalable Capital Aktien zu kaufen, ETF-Sparpläne anzulegen und sogar Kryptowährungen. Ja, das funktioniert dann so, ja, meistens so nach drei bis vier Tagen ist das dann auch durch, je nachdem, wann du das gemacht hast. Und später kannst du dich dann mit deiner E-Mail und deinem Passwort wieder anmelden. Du behältst dann eine E-Mail dazu, wenn das dann hier eben freigeschaltet ist. Und dann würdest du hier deinen Anlagebetrag, hier die 200 Euro hier sehen. Und sobald du da draufklickst, kannst du dann loslegen. Ja, sobald deine Identität verifiziert wurde und das Geld eben von der Baader Bank dann per Lastschrift eingezogen wurde, kannst du dich anmelden. Und dann sieht das Ganze hier so aus. Dann siehst du hier links dein Menü, den Betrag, den du überwiesen hast. Und hier hast du eben dann deinen Broker. Ich habe mich hier für den Free Broker angemeldet. Genau, und jetzt klicken wir da mal drauf und schauen uns das an, wie das funktioniert. Hier hast du dann so eine Übersicht über dein Portfolio. Portfolio heißt an der Stelle immer, wenn man mehrere Aktietitel oder ETFs zusammenpackt, dann nennt man das Aktienportfolio. Hier zum Beispiel habe ich die Lufthansa-Aktie gekauft und die Zalando-Aktie gekauft und auch ein paar Kryptos gekauft. Und hier unten siehst du so ein bisschen eine Watchlist. Die kannst du auch ändern, wenn du eben Aktien, die du in Zukunft kaufen möchtest, hier noch weiter anschauen möchtest. Und hier siehst du so ein bisschen die Transaktionen. Ja, das ist relativ einfach gehalten und alles eben hier auf einer Seite sichtbar. Hier oben hast du noch so einen Zeitverlauf. Da kannst du noch so, wie dein Portfolio die letzten Wochen oder Monate oder Jahre performt hat. Hier seit Anfang des Jahres nicht so gut. Genau, und jetzt schauen wir uns im Detail an, wie wir eben diese einzelnen Sachen ankaufen können. Wir fangen an mit Aktien. Dann richten wir einen ETF-Sparplan ein. Und zum Schluss zeige ich dir noch einmal kurz, wie du in Kryptowährungen investieren kannst. Angefangen mit den Aktien. Wir können jetzt hier oben einfach nach der Aktie suchen. Wenn wir jetzt zum Beispiel nach Coca-Cola suchen, können wir das hier eingeben. Ich denke mal, Coca-Cola kennt jeder. Genau, und hier ist die erste Stolperfalle. Und zwar zeigt er uns jetzt hier drei Aktien an. Und jetzt die Frage, okay, was ist denn jetzt die eigentliche Coca-Cola-Aktie? Es gibt nämlich bei größeren Corporations, wie jetzt zum Beispiel Coca-Cola, kann es sein, dass die mehrere Aktien haben. Zum Beispiel hier diese Euro-Pacific-Partner-Aktie. Da sieht man schon am Namen, dass das nicht die eigentliche Coca-Cola-Aktie ist. Meistens wird die richtige Aktie auch hier oben angezeigt. Aber selbst wenn du jetzt zum Beispiel eine deutsche Aktie wie Zalando oder so eingibst, werden die auch manchmal dann noch eine weitere angezeigt. Da kann ich dir eben empfehlen, dass du mal auf finanzen.net gehst und dann eben hier oben Coca-Cola eingibst. Und dann siehst du, es gibt insgesamt 133 Aktien, die irgendwie Coca-Cola mit drin haben. Weil Coca-Cola kann ja auch eine Subfirma haben, zum Beispiel hier Bottling Service. Die machen dann eben nur die Flaschen für Coca-Cola. Aber um dir jetzt sicher zu gehen, kannst du hier, meistens ist das auch die erste, dann die Hauptaktie. Klickst du mal drauf und dann siehst du hier die Marktkapitalisierung. Die ist 261 Milliarden. Das heißt, das wird schon die Hauptcooperation sein. Auch der Chart hier sieht ganz normal aus. Das wächst. Und dann hast du nämlich eben bei jeder Aktie hier eine WKN-Nummer. Das steht für Wertpapier-Kennnummer oder eine ISIN-Nummer. Das ist International Security Identification Number. Ist im Grunde das Gleiche. Du kannst hier einfach beides auch rauskopieren. Und das funktioniert eben dann auch beides bei Scalable Capital. Ja, die WKN können wir dann einfach hier eingeben oder beziehungsweise kontrollieren, weil Scalable Capital zeigt hier den Haupttitel meistens auch oben an. Aber ich zeige euch das bei Vollständigkeit einmal mit der WKN. Dann wird das hier angezeigt. Ich klicke da drauf und dann siehst du hier einmal die beiden Kennnummern nochmal, den aktuellen Wert, den Verlauf der Aktie. Den kannst du dir ja auch angucken und das eben auch so ein bisschen abgleichen mit dem, was hier auf Finanzen.net steht. Und so stellst du einfach sicher, dass das dann die richtige Aktie ist, weil hier die Charts auch relativ ähnlich sind und weil der Preis eben auch derselbe ist. Und wir widmen uns jetzt dem hier oben. Und zwar können wir hier erstmal eine Aktie ganz normal kaufen, indem wir auf Kaufen klicken. Und dann kannst du entweder hier deinen Zielbetrag eingeben, beziehungsweise Aktien kann man immer nur komplett kaufen. Da kannst du auch deine Stückzahl eingeben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Coca-Cola-Aktie kaufen möchte, gebe ich das ein. Dann kann ich die Order vorbereiten. und schon sehe ich hier die Order-Details. Das ist so ein bisschen wie die Bestellübersicht beim Online-Shop. Und wenn ich mich jetzt dazu entscheide, kannst du das dann direkt kaufen. Ja, es gibt hier ein paar Experten, die meinen, dass man die Kurse vorhersagen kann. Ich habe da eine andere Meinung zu. Also es gibt Anlageprofis wie Warren Buffett und Charlie Munger von Berkshire Hathaway, die sagen immer, ja, Aktienkurse vorhersagen geht nicht. Und ich bin auch so ein bisschen der Meinung. Aber wenn du jetzt meinst, du könntest das, hast du noch hier die Möglichkeit, ein Limit hinzuzufügen. Damit setzt du dann auf fallende Kurse. Das heißt, du würdest jetzt sagen, ich kaufe Coca-Cola erst, wenn die bei 55 Euro ist. Dann würdest du eben dann erst deine Order auslösen. Dann könntest du sagen, ich möchte jetzt hier eine Aktie oder sage ich mal 100 Aktien kaufen, sobald der Wert unter 55 fällt. Da würdest du dann auf fallende Kurse setzen. Wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte die Aktie erst kaufen, wenn die einen gewissen Wert überschritten hat, also auf steigende Kurse setzen, zum Beispiel 70 Euro, dann würde die Order erst ausgelöst werden, wenn der Aktienkurs hier oben noch 10 Euro zulegt und eben über die 70 Euro kommt. Dafür ist das da, ist auch so ein bisschen fortgeschritten. Ich brauche das meistens nicht, weil ich kaufe einfach die Aktie, wenn ich die kaufen möchte. Aber der Vollständigkeit halber möchte ich das hier kurz erwähnt haben. Also für gewöhnlich kauft man die einfach direkt kostenpflichtig, dann wird das hier entgegengenommen und dann ist der Auftrag auch ausgelöst. Ganz kurz noch, der Vollständigkeit halber, du kannst hier oben auch noch die Börse auswählen. Die ist immer vorausgewählt die günstigste, das ist die Börse in München. Aber du kannst auch die Xetra-Börse auswählen, zahlst dann aber 4 Euro Ordergebühren für den Handelsplatz. Deswegen können wir hier oben einfach die Münchner Börse ausgewählt lassen. Ja und schon haben wir die Aktie hier gekauft. Wenn wir zurück auf den Broker gehen, siehst du hier die Coca-Cola-Aktie. Die ist dann in deinem Portfolio mit drin. Die kannst du jetzt hier auch einfach wieder verkaufen, indem du einfach sagst, ich möchte hier die eine Aktie, die ich habe, auch wieder verkaufen. Dann wird die auch wieder verkauft. So, jetzt habe ich 2 Euro für euch ausgegeben, weil ich 2 Orders ausgelöst habe. Aber für das Tutorial ist das auch okay. Ganz kurz, du kannst auch einen Sparplan einrichten. Das heißt, du kannst jeden Monat sagen, ich möchte hier eine Aktie kaufen. Wenn du jetzt zum Beispiel auf einen Konzern setzt wie Tesla und sagst, okay, die werden in den nächsten 10 Jahren auf jeden Fall immer weiter steigen, dann kann man das zum Beispiel machen, weil du dann langfristig in diese Aktie investieren wirst. Wie das genau geht, kann ich dir auch an dem ETF-Sparplan gleich zeigen. Das funktioniert so rein vom Prinzip ähnlich, weil du eigentlich nur Finanzprodukte kaufst. Das eine ist halt eine Aktie von einem Unternehmen und das andere ist dann eben ein ETF. Damit machen wir jetzt auch weiter. Wenn du Fragen hierzu hast, gerne unten in die Kommentare schreiben. Aber so kauft man eben Aktien auf Scalable Capital. Ja, im nächsten Schritt wollen wir ETFs kaufen. Ganz kurz vorab, warum ETFs? Also ETFs steht für Exchange Traded Fund. Das ist eigentlich ein Fonds, die kennt man so. Früher hat man einen Fonds von der Sparkasse gekauft. Da gab es eben den Fondsmanager bei der Sparkasse, der eben dann gesagt hat, okay, ich kaufe die Aktie, die Aktie und die Aktie und hat somit das Risiko für dich diversifiziert. Man hat jetzt aber festgestellt, dass man, wenn man einfach ein Indiz abbildet, ein Indiz ist zum Beispiel der DAX und man sagt einfach, ich kaufe einfach alle Titel aus dem DAX zu gleichen Teilen und dann steigt das quasi mit dem Markt weiter an. Dann ist das ungefähr genauso gut, wie als wenn das ein Fondsmanager macht, beziehungsweise meistens ist es sogar besser, wenn man diese menschliche Komponente rausrechnet. Also ein ETF ist dafür da, dass man nicht nur eine Aktie kauft, sondern man kauft mehrere Aktien in einem Portfolio, schon gebündelt und setzt eben auf diesen, zum Beispiel auf den DAX oder man setzt auf die gesamte Weltwirtschaft und diversifiziert somit sein Risiko, weil wenn du jetzt so hingehst und zum Beispiel nur eine VW-Aktie kaufst, dann kann es sein, dass VW in zehn Jahren den Trend verpasst hat und dann eben nicht mehr so gut ist und auf einmal ist so ein Anbieter wie Tesla wesentlich besser. Ich hoffe jetzt mal, dass das nicht passiert, aber so könntest du eben dieses individuelle Risiko, wenn du jetzt von beiden eine Aktie hast, also auf die Automobilbranche setzt, auf den Markt, kannst du dieses Risiko eben ausschließen, weil du dann eben partizipierst an der gesamten Marktwachstumsrate. Ja, deswegen macht man das. Man sagt halt nicht, okay, ich kaufe nur zwei, drei Aktien, sondern ich kaufe einfach richtig viele Aktien. Richtig beliebt dabei ist dieser MSCI World. Den kannst du dir hier mal angucken, indem du zum Beispiel auf Just ETF, Best MSCI World, danach mal googlest und dann kommt dir direkt die erste Seite, welcher ist der beste. Ja, bei ETFs gibt es unterschiedliche Bewertungskriterien, zum Beispiel einmal, wie gut dieser ETF den eigentlichen Indiz abgebildet hat, also wie gut war das wirklich an dieser Weltwirtschaft mit dran. Dann gibt es, wie groß dieser ETF ist, das wird hier in Millionen Euro angegeben und pro Jahr muss man für einen ETF auch Verwaltungsgebühren zahlen, also das nennt man Gesamtkostenquote, TER, die wird hier auch angegeben mit 0,12% per anno, die man eben von seinem ETF-Portfolio-Wert dann eben abdrücken muss. Zum Beispiel hier von iShares, das ist von BlackRock, der ETF, der ist meistens immer so mit am größten hier, der hat das größte Fondsvolumen, wenn wir uns den jetzt mal angucken, können wir mal da draufklicken, dann wird dir uns hier angezeigt, kostet aktuell 73,12, kannst du hier auch bei Scalable Capital kaufen. Dann hast du hier eine Risikoangabe von der Fondsgröße, also hier sind über 40 Milliarden Euro drin, das heißt, dass das Risiko hier relativ gut bewertet ist, du hast die Gesamtkostenquote bei 0,2%, die du eben im Jahr zahlst, du hast hier den Verlauf, zum Beispiel in 2021 hat der ordentlich zugelegt, 32% und 2019 auch 30%, das ist also relativ cool, das heißt, wenn du 1.000 Euro 2019 am Anfang angelegt hättest, hast du am Ende des Jahres eben 1.300 Euro. So, das ist eine relativ gute Wachstumsrate, normalerweise sagt man so 6-7% pro Jahr, aber diese Jahre waren relativ gut, dafür ist dieses Jahr zum Beispiel relativ schlecht. Ja, hier unten siehst du dann noch die Zusammensetzung von dem Fonds, das heißt, wie viel eben, ja, zu welchen Anzahlen, welche einzelne Aktien da drin ist. Also du würdest, wenn du den kaufst, auf Apple setzen, auf Microsoft setzen, auf Amazon setzen, auf Tesla, auf Google und so weiter, hier auch auf Facebook und auf Johnson & Johnson, das sind alles riesen Corporations in der Welt, du siehst hier auch die Länderzusammensetzung, 66% kommt aus den USA, Japan, Großbritannien und so weiter und die Industriesektoren. Ja, so kannst du dich halt schlau machen und sagen, ob du auch auf diese Aktien setzen möchtest, in puncto Nachhaltigkeit oder Moral kann man da sicherlich auch dran gehen. Da gibt es auf jeden Fall bei Scalable Capital über 2.000 ETF-Produkte, auf die man so setzen kann. Dazu kannst du dir sicherlich auch nochmal ein Video angucken, aber wir wollen uns jetzt anschauen, wie wir diesen ETF eben kaufen. Dafür klicke ich wieder hier diese Identifikationsnummer an, damit ich eben sicher bin, dass ich genau den hier bei Scalable Capital finde. Ja, ich gebe das hier ein, dann kommt der mit dem gleichen Preis hier raus, deswegen weiß ich, okay, das ist mein ETF. Dann sehe ich hier auch noch den Verlauf, den kann ich mir auch nochmal angucken. Ja, und hier unten hast du noch so ein bisschen die Zusammenfassung, den Fondsmanager war, wie gesagt, BlackRock. Dann, ganz wichtig, der Fonds ist thesaurierend, das heißt, dass die Gewinne, die du machst, immer wieder direkt angelegt werden. Das Gegenteil davon wäre ausschüttend, das heißt, wenn du zum Beispiel wie eben den 2019 300 Euro gemacht hast, würde der bei thesaurierend diese 300 Euro direkt wieder mit anlegen, sodass du ins Jahr 2022 dann mit 1.300 Euro startest. Beim Ausschütten würde er dir das erstmal ausschütten. Ja, das kann relevant sein für diesen Steuerfreibetrag, aber das sprengt jetzt so ein bisschen das Rahmen von diesem Video. Das Fondemo-Ziel ist oft Irland tatsächlich, weil da diese Firmen am wenigsten Steuern zahlen, wie Google und Facebook auch, die sitzen da ja alle. Genau, und die Replikationsmethode ist auch interessant, die ist hier physisch, das heißt, dass BlackRock wirklich hingeht und die Aktien tatsächlich kauft. Das Gegenteil hiervon ist synthetisch, da wird das anders abgebildet, aber ich finde physisch immer ganz gut. Genau, den ETF, um dein Portfolio anständig zu diversifizieren, kannst du jetzt einfach kaufen. Wenn du zum Beispiel von deinem Arbeitgeber einen Jahresbonus oder Weihnachtsgeld bekommen hast oder wenn du was geerbt hast, dann macht es sicherlich Sinn, hier einen größeren Betrag auf einmal anzulegen. Aber wenn du jetzt regelmäßig diesen Fond besparen möchtest, dann kannst du eben einen Sparplan einrichten, der ist sogar umsonst. Da kannst du hier draufklicken und dann eben sagen, ich möchte jeden Monat, sage ich mal 150 Euro, in diesen Fonds anlegen, also in diesen ETF. Das geht hier bis 5.000 Euro hoch und hier kannst du noch die Rate auswählen. Also möchtest du das jetzt monatlich machen, alle zwei Monate, alle drei Monate im Quartal, alle sechs Monate oder jährlich. Ich mache das meistens monatlich und passe das eben dann eben an mein Gehalt an. Hier kannst du noch den Inflationsschutz auswählen. Und zwar kannst du das so verstehen, jedes Jahr hast du ja eine gewisse Inflation. Traurigerweise ist die jetzt hier bei 8% dieses Jahr. Und dann geht er halt hin und erhöht die Sparrate jeden Monat. Die nächste Sparrate ist dann schon was höher. Und am Ende des Jahres hast du statt 150 Euro eben 8% mehr angelegt, 162,40 Euro. Das kannst du so verstehen, weil in 10 Jahren sind ja 150 Euro weitaus weniger wert. Und so kannst du das, damit du das eben nicht mehr anfassen musst, direkt die Inflation hier mit einkalkulieren. Ja, ganz wichtig ist noch die Ausführung. Das heißt, wann das Geld per SEPA-Lastschrift von deinem Konto abgebucht werden soll. Ja, würde ich vielleicht nicht den 1. nehmen, vielleicht eher so den 7. oder 10., wenn das Gehalt tatsächlich da ist. 25. vielleicht nicht, dann ist das Gehalt schon wieder weg. Hier darfst du dich manchmal nicht wundern, wenn der 10. August zum Beispiel auf dem Wochenende fällt, dann wird das erst am darauffolgenden Handelstag ausgelöst. Das habe ich bei Aktien eben auch vergessen zu sagen. Die Börse ist nur montags bis freitags von 8 bis 22 Uhr geöffnet. Da kannst du eben Orders auslösen und auch der Sparplan kann da nur ausgelöst werden. Also du kannst den jetzt hier anlegen, aber wenn eben gesagt der 10. August auf dem Wochenende fällt, dann würde eben am 11. oder am 12. August an dem Montag eben das Ganze gekauft werden. Den Sparplan kannst du hier aktivieren und dann schließen. Genau, und dann haben wir den hier eingerichtet. Das wird hier oben angezeigt, Sparplan 150. Und wie eben erwähnt, wenn jetzt Wochenende wäre oder nach 22 Uhr, dann wären diese beiden Button auch ausgegraut. Das heißt, du könntest gar keinen ETF hier kaufen. Also falls das mal passiert oder du das Tutorial jetzt hier um Mitternacht guckst, wundere dich nicht, ab morgen um 8 Uhr geht das dann wieder. Ja, den Sparplan haben wir jetzt hier eingerichtet. Der wird auch in dem Broker mit angezeigt. Den kannst du aber auch jederzeit, wenn du hier draufklickst, wieder ändern. Du kannst zum Beispiel, wenn du eine Gehaltserhöhung hast, die Sparrate erhöhen und dann den Sparplan aktualisieren. Oder du kannst den auch einfach, wenn du draufklickst, hier auch einfach wieder löschen. Und jetzt würde Scalable Capital eben hingehen und nächsten Monat 200 Euro für uns dann in diesen iShare MSCI World anlegen, so dass wir dann ein gut diversifiziertes Portfolio haben. Ja, das waren, wie du ETF-Sparpläne anlegst oder ETFs kaufst. Vorher haben wir Aktien gesehen. Jetzt zum guter Letzt schauen wir uns einmal ganz kurz noch Kryptos an. Kryptowährungen sind auch relativ beliebt aktuell. Hier unten hast du die so die beliebtesten Kryptowährungen. Bitcoin, Ethereum, Ripple, Polkadot und so weiter. Ich habe hier schon Cardano und Solana gekauft. Ja, wenn du dich vorher so ein bisschen schlau machen willst, kann ich dir hier coinmarketcap.com erwählen. Hier sind alle Kryptowährungen aufgeführt. Bitcoin, Ethereum, die aktuellen Verläufe, die Marktkapitalisierung, das Tradingvolumen und so weiter. Wenn du jetzt aber einfach sagst, ich möchte es einfach halten und erst mal hier in Bitcoin investieren, dann kannst du hier draufklicken und hier den Bitcoin wie gewohnt auch einfach haben. Hier entweder einen Eurobetrag eingeben oder die Anzahl an Bitcoins, die du kaufen möchtest. Hier kannst du natürlich Kommabeträge eingeben, weil ein Bitcoin kostet 23.000 Euro, ist natürlich relativ viel. Du siehst auch, dass der sehr schwankt. Also Kryptowährung ist immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Auch hier, ich bin kein Anlageberater, aber du siehst, dass hier eine sehr hohe Schwankung drin ist. Und hier kannst du eben sagen, wie viele Bitcoins du kaufen willst, zum Beispiel 0,001. Und dann könnte ich hier für 22 Euro in Bitcoin investieren. Auch hier empfiehlt es sich eigentlich, den Sparplan einzulegen, dass du sagst, ich möchte einfach jeden Monat 100 Euro in Bitcoin investieren. Dann kannst du monatlich auswählen. Und wann du das eben abbuchen wollen würdest, am 10. wieder unseren Sparplan aktivieren. Genau. Und dann hast du hier oben einen Sparplan eben auch auf Bitcoin eingerichtet. Ja, wir schauen in unserem Broker nach. Dann sehen wir, hier haben wir die Aktien erfolgreich gekauft. Wir haben die Sparpläne eingerichtet. Und wir haben sogar in Kryptowährungen investiert. Das ist alles rund um das Thema Scalable Capital. Ich habe zu jedem einzelnen Thema auch nochmal Videos hier auf meinem Kanal gemacht. Wenn du jetzt loslegen möchtest, du findest den Link zu Scalable Capital unten in der Videobeschreibung. Wenn du da bist, gerne auch einen Daumen hoch da lassen. Und ja, danke fürs Zuhören. Danke, dass du über meinen Link da reingehst. Gerne vorher die Cookies löschen, wie gesagt, wenn du schon mal auf Scalable Capital warst. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.